Jan Stoffels, Trainer der SG Rubertal 2 zu 2 gegen die SG Sauertal-Rahlingen. Zufrieden mit der Punkteteilung oder hätte es können mehr sein heute? Ja, wenn ich den Spielverlauf halt komplett betrachte, wir waren heute die bessere Mannschaft, hatten deutlich Chancenplus, haben spielerisch auch heute ein gutes Spiel gemacht. Jedoch, dass wir nochmal in den Rückstand geraten sind und das Spiel dann nochmal quasi zum 2-2 gedreht haben, sind wir mit dem Punkt heute zufrieden. Okay, der 25. Spieltag heute, 5 Spiele noch bis Saisonende. Wie lautet die Zielsetzung jetzt bei euch noch? Ja, wir haben 35 Punkte jetzt. Wir gehen davon aus, dass wir 40 Punkte frühzeitig möglichst holen wollen, damit wir die Klasse safe machen. Es kann nachher sein, dass 38 dafür lang ist, aber darauf wollen wir uns nicht verlassen. Wir brauchen 40 Punkte, das heißt, wir brauchen jetzt noch 5. um den Klassenhalt ganz sicherzustellen und da müssen wir in den letzten 5 Spielen knallhart dran arbeiten. Jeder Punkt, den du hier in der Bezirksliga gewinnst, ist harte Arbeit und das ist auch das Fazit jetzt für die letzten 5 Spiele. Okay, danke dir. Okay.